so was haben wir jetzt eigentlich noch als wolle dort zwei graue acht weiße dann war es doch schon wieder mit der wolle gut was haben wir jetzt brauche ich was brauche ich denn kann man sich irgendwie das sortieren das wovon man am meisten hat ja und wie links kannst du doch sortieren lassen so bei number of items so warte mal wir könnten eigentlich gleich das erste habe hier das ist schon haben wir weit im score notiert ach so matt und wahl den hans energy konto jetzt hier habe ich jetzt gerade geschmissen irgendwann wird klingt gut doch mal so weg weg zu erreichen noch im bucket das ist ja schön holy moly ich brauche von denen gar nicht so viele glaube ich immer direkt mal noch ein bucket was denn dann brauchen wir erde alles klar so ach haben wir nicht irgendwas was schwarzes vielleicht gibt es ja kein basalt oder was na guck mal einer kann man irgendwie brauche ich ja gar nicht so viele kann man nicht irgendwie so warte mal den kann ich eigentlich auch wieder abbauen es gibt doch hier den color cobblestone oder kann man irgendwie herstellen da gibt es bestimmt schwarzen von octub compress cobblestone ja das ist okto der ist schwarz an sich schon nee color cobblestone color cobblestone mache ich aus paintbrush paintbrush und tint säcke genau dann machen wir doch das machen wir das wieder weg das gar nicht abbauen müssen glaube ich wie baut man ein paintbrush zwei sticks und noch irgendwas und string okay die stick müssten wir nur hier drinnen habe ich gerade welche gemacht genau und ein string tanker so danke jetzt nehmen wir ink und dann nehmen wir cobble stone so und dann nehmen wir mal so ein paar davon sollte das mal reichen danke wenn ich das ganze zeug jetzt wirklich nicht abbauen müssen dann krieg ich die krise er kriegt die krise das ist hier die devise so macht es auf der ebene wird das was eingelegt komm hau doch ab komm hau doch ab habe ich 21 von den dingern umsonst hergestellt kann das sein das sehen wir jetzt gleich testen wir mal ein bisschen ich würde gerne auch drum rumlaufen können ups den da so eins zwei drei polizei eins zwei drei so machen wir das guck mal so wunderbar so das heißt der muss weg dann muss er denn ne da muss gar keine Erde hin halt stopp polizei du hast recht ich brauche ja keine Erde ich habe ja Floatingpflanzen gebaut die kann ich einfach da draufsetzen zack ist ja super mein Trommel scheint zu funktionieren das ist schon mal ganz gut ich habe doch irgendwo Floating gehabt zwölf stück brauche ich davon danke ja es wird nicht mehr reichen wenn ich oh man da mehr Pflanzen wachsen gucken wir mal weil die brauchen ja keine Erde die fliegen ja und drehen sich uhuhu ach natürlich darf ich jetzt nicht mit erst mal Wasser dahin machen vernichtet so wie sieht schon aus sind jetzt zum beispiel alle online durchgehend online der letzte fehlt wieder jetzt gucken wir mal okay man kann die dazwischen setzen aber ob man das will ne man kann die ja nicht an die dinge anschließen ne das ist wirklich was hast du jetzt in die Luft gejagt äh Rossa deine Mobfarm scheint undicht zu sein wieso weil auf einmal unter mir ein Creeper war unter die wo warst du denn in der Mobfarm oder was da ist natürlich ein Exportbus hochgegangen ne ich war nicht in der Mobfarm und Kabel sind glaube ich in die Luft geflogen also meine Mobfarm ist es nicht du hast da unten hast du was nicht ausgeleuchtet unter deiner Base vielleicht ist ja da gespornt kann ich mir jetzt nicht vorstellen also ich weiß dass du nicht dass du da im Dunkeln arbeitest ich hasse Creeper können wir bitte Mobgriefing ausschalten das habe ich doch schon gedacht können wir ruhig gerne machen so jetzt ist natürlich die Frage was waren den zwei Exportbussen dran kann ich jetzt so nicht sagen sonst müsste ich lügen das will ich ja nicht fehlt jetzt ja auch noch irgendwo Strom oder so jetzt habe ich nicht genug Cobblestone oh man ja das ist ärgerlich wenn man da am Bauen ist und dann sowas passiert ist das ist immer mehr als doof drum habt ihr noch was sind da erst mal noch mehr Kabel okay das war es mit den Kabeln so und die gehen eigentlich alle online ich werde aber trotzdem noch was probieren und zwar erst mal noch Kabel herstellen das war die ganz normalen ME-Kabel eins, zwei ob das natürlich jetzt dann so fusioniert wie ich mir das denke ich brauche nicht das Purple ich brauche das Fluids nein du hast mein Craftingzeug weggemacht ich war doch nassiger jetzt nicht mit normalen Dings auch hier ich brauche da unbedingt Nesserquartz für wo ist es denn, wo ist es denn hier ich fahr mal ab, was soll er machen ah das geht auch mit Zettosquartz okay von dem haben wir nämlich ein bisschen was okay von dem haben wir nämlich ein bisschen was dann machen wir nochmal wieder hoch nehmen wir da die Hälfte raus und wir haben dann mehr Maschinen hier stehen und dann machen wir das da rein weil irgendwann so ein dumpfes Geräusch ist, erschreckt mich warum? warum ist das denn noch? ich glaube es war eine schlechte Idee vor der Aufnahme Tee zu trinken da musst du schiffen ja, aber sowas von so, dann schmeißen wir das da rein brauchst du den Brush-Dingsbums noch? ne, jetzt bin ich fertig ich habe jetzt meinen, guck mal meinen, ich nenne ihn Black Tower of Mana gebaut Black Tower of Mana ja, egal müssen wir mal einen Spreader bauen so, 63 haben wir jetzt noch welche von denen? haben wir noch ich würde aber eigentlich gerne die hier nehmen, ne? sind billiger so, 60 Kabel so, was ich jetzt gleich noch probieren möchte ist hier kann ich jetzt nicht sagen ich klatsche hier jetzt auch als Beispiel noch einen dran äh, geh hier hin geh hier hin äh geh so von mir aus äh hier runter und hier runter verbinde einfach die ganzen Dinger hier ruhig Blut ich weiß nicht, ob das bis zu dem Mana Pool reicht da hinten und könntet ihr da draußen vielleicht mal ein bisschen leise vorbeifahren ne, das geht nicht das Device ist nicht online genauso wenig wie das und das und das und das und das und das und im Moment ist gar kein Device online ähm ist da zufällig noch irgendwo ein Kabelput kann das sein? das ist gerade Nacht, ne? das sehe ich gerade aber die sind online ist das zu weit? ja, aber ich habe eine andere Befürchtung okay wir nehmen einmal hier weg und einmal hier weg ich glaube das ist zu weit, verdammt da muss ich noch Mana Pool erschaffen aber noch Mana Pool heißt, ich brauche noch einen Spreader äh, ätzend ist hier genug Mana drin? ja, danke so, die dürften jetzt eigentlich alle online sein, ne? durchgeht online ne, einer ist nicht online aber warum? weiß ich nicht online ok, weil 8 die weiß ist ok, dann machen wir das anders hauen wir das da hin so, das läuft erstmal da rein völlig verrückt hier ist der jetzt gerade an oder ist der aus? den können wir doch ausschalten den brauchen wir jetzt nicht an so, jetzt hatte ich doch irgendwas äh, genau, ich hatte schon was vorbereitet äh, ähm jetzt kommen wir zu dem was wir eigentlich machen wollen ich müsste eigentlich noch so ein Marathon bauen alles egal, mache ich später äh hm zu viel Sachen zu tun, Blaze ich hab zu viel Sachen zu tun ich muss das Zeug eh nochmal umsetzen von daher ist jetzt nicht so tragisch nur mal um das zu testen aber das war eins zu weit hinten noch soo da übrigens die Mops rennen uns schon die Bude ein, ja? ich hab grad, ich hab mich grad schlafen gelegt extra mit weil es wurden mir auch zu viele weg damit ja das ist, das ist schädig wenn sich das hier verbindet, das geht ja mal ganz und gar nicht wo ist meine Schoffel wo ist meine Schoffel? die ist weggeschoffelt guck mal läuft bei uns das dein, das dein, das dein, danke komm und damit schießen wir jetzt da drauf so ich hab ja da draußen noch gar nicht gebacken, oder? von da und dann direkt da hin so, der hat jetzt alle Devices da dran okay das ist schon mal, das sieht schon mal gut aus also die laufen jetzt schon mal alle aber warum frisst der die beiden nicht? muss ich für die jetzt auch noch separat? ja okay das ist verständlich ähm eine dritte Leitung also ich hab das Prinzip von den Kabeln verstanden okay ähm, jetzt überlege ich noch eigentlich könnte ich mir das jetzt viel viel einfacher machen ich werde jetzt dann noch mal alle Kabel abbauen und werde die einfärben aber vorher ähm, werde ich mal ganz kurz äh, wohin gehen weil sonst gibt es hier ein ganz ganz großes Unglück ja das, das will keiner ähm, so das heißt jetzt quasi wir brauchen jetzt dann ein bisschen Farbe das sollte kein Problem sein dann färben wir die Kabel und man kann jetzt quasi ich hab das verstanden diese Dense Kable, die wir haben das heißt die Kabel die Kabel